Der Sonax Pflegeratgeber Für Ledersitze im Auto ist der Xtreme Lederpflegeschaum Nano Pro die perfekte Lösung. Es ist ein silikonfreies Spezialprodukt auf Nanotechnologiebasis zur Reinigung und Pflege von Autoleder, Motorradkombis, aber auch anderen Teilen aus Glattleder und es bietet gleichzeitig einen UV-Schutz mit Lederduft. Einfach aufsprühen und dann den Schaum mit der Sonax Lederbürste oder dem Sonax Pflegepad einarbeiten. Der Sonax Xtreme Lederpflegeschaum Nano Pro ist ohne Farbstoffe und damit geeignet für alle Lederfarben. Er entfernt Schmutz, Öl, Fett und gibt dem Leder seine Geschmeidigkeit zurück. Dabei werden die behandelten Oberflächen nicht rutschig. Hochwertiges Kanauberwachs und echtes Bienenwachs sorgen für eine ausgezeichnete Imprägnierung. Der Sonax Xtreme Lederpflegeschaum Nano Pro ist besonders gut geeignet für Fahrzeuge mit Sitzheizung und für perforierte Lederoberflächen. Der Sonax Pflegeratgeber